ja hier seht ihr mal ein etwas anderes video und zwar hat mir das der max geschickt wie ihr ja auch im video gerade seht von grizzly tv der account bzw der channel ist natürlich unten verlinkt der macht auch jede menge cr videos und eben auch coc wenn ihr mich schon extremst lange guckt dann kennt ihr den auch noch unter dem namen maxel und der macht jetzt aber komplett alleine der max ja und schauen wir mal was der in seinem ja richtig richtig fetten turnier trüchen gefunden hat also ihr seht es ja selber 2800 karten konnte man beziehungsweise ja konnte er sich holen da drin waren mindestens 93 epische und 560 seltener aber schauen wir uns das gerade mal an so geöffnet wird sie wir fangen mit 18600 gold an mega nice auf jeden fall weiter geht es mit einem gift naja ein gift 107 mal die tesla 116 mein bomber damit könnte ich nicht viel anfangen 117 mal die lakain horde bloß wie gesagt ich nehme ja die einfache 119 den minenwerfer 120 lakain richtig nice 121 mal die bogenschützen 121 mal die kobolde die ritter auch 121 mal guck mal sind noch 29 126 feuergeister 127 sperrkobolde 138 mal jeweils einmal kanone und ich komme gar nicht so schnell hinterher hier feile ordentlich dabei musketieren 34 mal 35 valkyren auch nice auf jeden fall kommt da ein ganzes stück weiter auf jeden fall 263 mal den königs riese richtig krass 38 mal mini pecker ja läuft weiter geht es eisgeist 268 mal 40 mal die drei musketiere kann auch bald upgraden dann auf level 8 ein riesen skelett beziehungsweise vier stück davon auch upgradebar 5 mal den pecker 5 mal golem jetzt ist langsam echt interessant 5 mal den wut richtig nice 63 mal die überbaren hütte muss man halt schauen ob man sie spielt 6 mal den xbow kann er auch upgraden 6 mal den spiegel 6 mal den prinz 7 mal die skelettarmee richtig nice 7 mal den bowline kann er fast upgraden richtig richtig nice gegen den habe ich ja schon mal verloren 99 mal die koboldhütte 9 mal die hechse richtig geil die kann auf level 4 machen richtig nice 107 mal die rakete 10 mal den ballon auch richtig richtig cool 10 mal koboldfass 12 mal den wächter 144 mal die magie den müsste ich mal so oft kriegen das wäre richtig nice dann haben wir noch eine prinzessin und als letztes dann einen eismagier noch gezogen also ich würde mal sagen eine richtig richtig fette turniertruhe